jo leute was geht willkommen zurück ach du scheiße hier bin ich stehen geblieben es gab letztes mal ein ragequid vor mir ach ne ich hab gar kein bock ok ja viel spaß mit der folge oh man ey scheiße ich erinnere mich sind jetzt zwei tage her dass ich das letzte mal gezockt habe aber ich erinnere mich gar kein bock na gut dann ich weiß gar nicht hatte glaube ich viele seelen es wäre gut wenn ich die auf jeden fall schon mal zurückbekommen würde sollte ich hinkriegen und es muss doch da hinten irgendwo noch leuchtfeuer geben oder ich meine mich zu erinnern dort gab es ein leuchtfeuer oder gab es ein leuchtfeuer der henno hatte doch irgendwo im äh im ja ich hab's gleich der henno hatte glaube ich irgendwo im wald da ein leuchtfeuer dieser scheiß bogenschütze ich hasse ihn und der trifft mich doch mal um die ecke jasmin du sollst streamen und hier kann ich nichts haben danke dir sieben monate siehst du sagst du bescheid wegen live ne ne du bist doch selber im stream da mach ich doch keine werbung leute wenn ihr es auf youtube seht checkt mal die jasmin ab mit ihr kommen auch hier und da geile projekte unter anderem der nächst we are here forever so ein koop game ich verlinke euch einfach mal den kanal von jasmin ganz unten so jetzt muss ich hier durch den verkackten wald da habe ich eigentlich mein schwarzes auge an ja gut also das schwarze auge ist hier echt gold wert ohne kannst du auch hier vergessen hier hängt einer ne da der schreit auch immer so dumm rum können wir den mal eben abschießen würde ich habe nämlich immer schiss dass der noch von hinten kommt in den kopf schatten überrieber war mein erstes moinobu so den nach vorne darf man nicht auf die leichte schulter nehmen aber ist gar kein problem für mich ja kein problem also zweihändig ist die waffe oba übel stark einhändig habe ich noch ein bisschen so meine problemchen damit einobu weißt du ob es hier irgendwo ein leuchtfall gibt dass ich nicht wie immer wieder diesen mega langen weg latschen muss hallo wo rennst du denn hallo also was auch mit ihm immer ist rabaturpulver sehr gut stehen ja auch einfach nur so über eine schwarze auge unter der brücke war eines unter der brücke danke also die brücke hängt schon wieder einer hallo ist denn falsch was ist das problem also die brücke meinst du nicht aber hier gibt es ja mehrere brücken sekunde ich gucke eine brücke da ist noch da ist ein guter call unter der ach da ist noch mal so einer au backstab 1100 ich kack ab das aber ja gefällt mir also hier die brücke meint er bestimmt nicht oder hier ist nichts da ist an der brücke das auch nichts aber hier war doch noch irgendwo eine brücke bin ich blöd hallo frau tagtraum guck mal wer der ist guck mal wer der ist da kam man raus ist er der brücke ne ja ne wie geht da ist so einer der stark oh gott nicht gekillt na klar er weicht aus er ist es wie geht's hier also hier geht's ja weiter also wird's hier nicht sein da ist nochmal ne da ist ne brücke das ist es ja auch nicht ich geh mal hier runter von hier komme ich ja welche brücke meint er unter der brücke als würde es hier nur eine geben da unten auf jeden fall nicht da never also wenn da ein läufer ist dann bin ich ja komplett blind dann bin ich ja der blinde vom dienst k k k k k k k k Hä, was ist da für ein Ton? Spiel kaputt. Danke, Nobu. Und den Baum kannst du auch kicken. Den Baum kannst du auch kicken. Den Baum. Er tut halt immer so, als würde es ein, eins, das hier. Aber dafür habe ich auch die Profis hier dabei. Dafür habe ich die Profis hier dabei. Wo geht es hier dann hin? Hä? Ach, hier war ich doch. Ah, öh? Hä? Ah, hier würde man... Aha! Aha! Okay, tschuldig. Chillig, chillig. Na, gut. Dann habt ihr euch in der letzten Folge natürlich sehr über mich lustig gemacht. Wie oft ich da immer hingerannt bin, wie so ein Dulli. Na gut, dann ist das so. Äh, auch nur sehr frisch. Vorgestern war es kein Eldenring. Ah, Frau Tag, Traum, Eldenring. Habe ich auch so was von durchgespielt. Da gerne mal den YouTube-Kanal auschecken. Also, wenn hier jemand Eldenring gespielt hat, dann ich. Also, das kann man wohl von mir behaupten. Oder Nobu? Ich habe nicht tausend Spielstunden so wie Donobu. Aber, also, da habe ich echt alles gemacht. Speed Runs, Level 1 Run, Challenge Runs, Blind Runs habe ich so gemacht. Ich habe einen Run gemacht. Ich bin, habe das Spiel gestartet, ohne was zu sehen. Ohne das Spiel zu sehen. Nur der Shad hat mich geleitet. Also, Eldenring ist, äh, durch für mich. Ey, ich feier, ja, hier sieht auch immer alles gleich aus. Wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Hier hoch? Ne, da ist ja das. Nicht blöd? BANN! Das ist doch... Das ist Gift-Scheiße auch immer. Ins neue Haus. Schön, schön. Du lebst sowieso den Traum. Also, jeder, der das hier, äh, auf YouTube sieht, V-Tag-Traum, lebt den Traum, den wir alle haben. In Kalifornien. Immer geiles Wetter. Umzug in ein neues Haus. Ey, ich bin völlig verloren. Wo muss ich lang? Ich kann mich auch nicht orientieren. da oben muss ich lang. Da! Da! Da außen lang. Oder hier hoch? Ne, außen lang. Ne, hier nicht lang. Ich bin völlig verloren. Ich gehe nochmal hier lang. Ja, ja, hier ist richtig. Boah, Gott, ey. Dass man das findet, ey. 750. Hast du nicht die 1000 geschafft, Nobu? Ich denke mal, die 1000 werden voll, wenn der DLC kommt. Ich wollte nochmal ein richtig schönes Video zu aufgenommen. Ach, das ist mal so ein Kacktyp. Die sind stark und haben viel Leben. Das ist halt echt kacke. Nächstes Mal voll, der ist blind. Am 9. Oktober brauchst du keine Sorgen haben. Ich nehme ja am Turnier nicht teil. Also, ich werde dann immer die erste Runde direkt rausfliegen und dann nur zuschauen. Weil ich kann ja auch nichts gewinnen. Das würde ja dann wenig Sinn machen, da mitzumachen. Ich will ja euch. Ist ja ein Turnier für euch. Okay, so geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier letztes Mal gestorben bin. Auf jeden Fall richtig dumm, glaube ich. Ach, der mit der Peitsche. Bin ich nicht sogar bei dem gestorben? Ich bin, genau, ich bin nur mit dir. Ich verinnere mich. Ich bin in der Brücke durchs Loch gefallen. Sind die Tode eigentlich? Nein. Ich bin richtig gut vorbereitet. Tode rein, Spendestand aus. 30 Tode. 300 Liegestütze sind das. Hallo, komm. Komm runter, du Sack. Also der Bogen ist sehr stark. Bringt es hier was runter zu springen? Na, wer schießt hier? Ach, hier bin ich. Ah ja, ich weiß, wo ich bin. Kann man hier vielleicht eine Abkürzung aufmachen? Weg. 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 Weg, du auch. 33.000 habe ich. Ach, den krieg ich so easy weg. Komm her. Kann ich den, äh, kann ich den... ein. Untertitelung im Auftrag des Zens Invader waren schon immer richtig scheiße. NPC-Invader. Die machen halt immer nur Unsinn. Wie lang willst du da noch rumliegen? Manche Träume von Kölnchen, Schweden oder so. Ja, stimmt auch wieder. Immer nur gutes Wetter ist ja auch öde. Also die Sprünge hier. Ich weiß nicht, ob ich mir den... Nobu, schaffe ich den Boss First Try? Ganz andere Träume. Ach Mann, ey. Wenn ich gewinne, bekommt der nach mir was? Ja, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Moin Baro. Schaffe ich den, Nobu? Das ist doch der, der die ganze Zeit so im Kreis ist. Der ist easy, oder? Oder soll ich erst die Seelen ausgeben? Ach, scheiß drauf. Aber ich mache auf jeden Fall mal den hier. Und dann nehme ich noch einen Lebensstein. Just in case. So. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie... Volver jetzt. Moin Max, mein Bester. Moin Max, mein Bester. Okay, was, 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 was muss ich hier machen? Die kommen wieder. Wo ist das? Das war's. 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 Und ich war's. Das 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 war's. 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 das 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 war's. Und... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.